Ja! Willkommen bei einer neuen Folge von... Sockstar! Sockstar! Der Kampf um meine Hauptrolle. In Sock City. Okay, mach mal weiter, fangt einfach nochmal an. Okay. Also ich finde das heute alles so Takeshi-Karu-mäßig. Alle müssen da durch, alle. Ich bin ja schon total aufgeregt, du? Ach ja, klar. Ich habe total Angst, dass ich dann einen vollen Blackout habe. Wie, soll das jetzt eine Anspielung sein? Oh, nee, 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 nee. Ich habe gerade eine sehr schlimme Trennung hinter mir. Mein Freund hat mich verlassen. Das ist eine andere Frau. Und jetzt dachte ich, ich singe mir einfach mein Elend von der Seele hier. Ich bin auf dem Gebiet. Das Einzige, was zieht ich. Zieh mich an und wieder aus. Ja! Eigentlich. Es war richtig gut. Entschuldigung, ich komme mit meinen Socken durcheinander. Mit den Stimmen? Ja. Macht nichts. Bist du so lange gewesen im Weißspüle gewesen? Ja. Was? Ja. Was? Ja. 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 Da gab sie mir ihre kleine Hand. Das ist so schön. Ja. Hallo. Fangen wir einfach mal an. Womit? Ja, was du uns halt mitgebracht hast. Ich habe aber nichts mitgebracht. Sie war so süß und sie hieß Lulalei und tanzte den Hula wacke du wacke dey. Wenn ich sie wieder seh, wenn ich sie wieder wieder seh, dann singt das Meer für uns beide ganz leise Aloha. Ich habe heute erstmal den Bus verpasst und bin deshalb so spät, aber ich mache einfach gerade eine harte Zeit durch und ihr nehmt mich ganz sicher sowieso nicht, aber egal. Wenn du dich nicht sexy fühlst, dann kann auch nichts rüberkommen. Gell? Verstehst schon, gell? Du musst da blühen, wie so eine Knospe, so aufmachen. Puck. Verpiss dich doch. Kannst du nochmal, wie habe ich nochmal, so habe ich geredet, ne? Ja, Alter, man, noch ein bisschen mehr Keder rein. Also noch ein bisschen mehr. So, ja. Ja.